Let's Play Games ARK So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play ARK Mit mir, dem Dorky, dem Priest, dem Dorky Priest So, wieder mal zurück, wieder mal nix drauf, aber sonst, alles gut Ah, ich hab jetzt übrigens rausgefunden, da halt ich muss mir eben wieder einschalten Einschalten Ähm, auf der 6 hab ich die Waffe Und jetzt muss ich die 6 und n Ah, guck mal Es geht, ich kann leuchten So, wunderv-wundervoll, wundervoll, wundervoll Und da hinten hab ich, glaub ich, grad bei der Ann-Moddy einen Affen gesehen, ne? Und Affen kannst du eigentlich nicht genug haben Aber, trotzdem wollte ich eben sagen Und nicht verzagen Ich mach jetzt eben meine Reelings Mach jetzt eben meine Reelings mal da hoch, weil Verspreche ich euch seit Ich glaub, 5 Folgen Hm? Jetzt machen wir's dann mal Äh, halt ja, genau Das wollte ich in Demolition So So Reelings, die 1 Ich nehm die 1 Ah, cool Lass ich das frei Und dann kann ich da runterspringen Sehr schön Fast wie geplant, ne? Als ob ich es gewollt hätte Ich kann hier gar nicht bauen, oder was? Aber hier doch, oder? Ach, stimmt Und was mir der liebe Knusperkopf gesagt hat Hier drunter muss immer was sein Sonst kannst du nicht, ne? Ja, jetzt bauen wir die Dinger einfach mal Dann ist dann auch Ist dann auch fertig Hier Ist ja glaub ich in meiner Dritten Folge oder so Habe ich das mal als Wunsch gesagt Mensch, ich hätte ja gerne Reelings Ah, kann ich nicht Hier kann ich noch 1 Nummer 1 Hier kann ich wieder rüberspringen Wonderful Hier 1 So, schön Kann ich hier rüberspringen Aber hier kann ich auch wieder nicht, ne? Ah, doch So geht noch 1 Mach hier eine Leiter hin Wie viel habe ich denn jetzt nach 12? 1 2 1 2 1 2 1 Weißt du, wenn die nicht so scheiße viel kosten würden? Wohli hinten lässt sich auf jeden Fall frei, dann kann ich ihn nämlich runter. Ach guck mal, der Laki. Das macht keinen Sinn, was er da macht, das macht keinen Sinn. Halt, hoch wollte ich, hoch, ich wollte, hoch hinaus. Ich glaube, ich müsste gleich wieder Holz holen gehen, mal ein bisschen, ganz minimal ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen. Hier. Dimmelisch. Ah, kann ich sogar vier Stück machen. Cool. 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 es sieht ja schon schön aus wenn man so gar keinen geschmack hat sieht das super aus ja hier macht dann auch ein paar und das ist gut da bin ich langsam bereit so da vorne war immer noch ein affe irgendwas wollte ich doch noch machen irgendwas wollte ich doch noch machen naja frösche ein frosch themen wollte ich gehen nämlich einfach mal mein äffchen also nicht charlie sondern nicht hier Blödsinn. So. Nee, komm. Den Affen, den schau ich jetzt nicht. Macht ja auch keinen Sinn irgendwie. So, love, forest, love. Komm her. Du, du. Ben. Ben, Ben, Ben. Ah, das ist bö. Weißt du was? Da ja das Halloween Special jetzt demnächst vorbei ist. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich erfahre mich hier noch mal ein bisschen Zeug. Da kann ich mir so eine kleine, also wenn das wirklich ein... Oh. Geh. Oh, da komm. Hush. Hush, hush. Hush, hush, hush. Kommst du? Ja, bist du da. Alles gut, alles gut. Nee, so eine kleine, so eine Halloween. Party, Gedächtnis. Zubereitungs-Zubereitungs-Station. Ja, einfach so ein Deko-Ding bauen. Jetzt hat hier noch ein paar Grabsteine für zu Hause. Darf ich dir mal was geben? Access Inventory. Was hast du denn alles drin, sag mal? Hier Holz, Holz. Kriegst du Holz, kannst du. Kannst du. Ich kann laufen und du. Kommst du hoffentlich hinterher. So. Sieht aus mit den Wheelings. Ah, das sieht auch cool aus, ne? Weil dann packe ich mir den Scheiß nämlich einfach mal. Und ja. Wenn man es nämlich weiterhin setzen kann, ist es ja so ein geiles Gimmick. Sagen wir mal so. Tee, stop all. Hm, sorry. I believe I can die. Ich habe das hier in die Küste getan. Ja. Ja. Ein paar Scarecrow ist noch. Ein paar Pumpkins. Ein paar Grabsteins. Äh. Macht Sinn. Macht nicht nur ein bisschen Sinn, macht sogar sehr viel Sinn. So. Access Inventory. Scheiß Bibel. Scheiß Bibel. Ach so, was ich jetzt probieren wollte. Und zwar, wenn ich jetzt fast eine ganze Folge weg bin. Äh, Access Inventory. So, 85 sind drin. Jetzt machen wir das Ding mal an. So. So. So, Beeren brauche ich nämlich alle nicht bei mir, aber jetzt lasse ich einfach mal laufen und wenn ich wieder zurückkomme, sehen wir ja ungefähr wie viel weg ist. Müssen wir halt in der Spielzeuge ein bisschen ausrechnen, was denn da ist. Mal gucken. Access Inventory. Was hat er denn? Einen Hut. Und ein Armor und das da und dieses und jenes und jenes und sel und sel und das und dies. Holz und Fiber. Braucht er doch alles gar nicht. Hier Bogen, Pfeile. Narko-Beeren. Wie ist das mit? Ich kann nicht jede Menge. Narko-Beeren brauche ich auch nicht. Narko-Beer Seed brauche ich auch nicht. Azul-Beer Seed. Brauche ich auch nicht. Vorher nicht so viel, ne? Tinta-Beer Seed. So weh braucht er nicht. So weh braucht er nicht. Äh, er brennt nicht so weh. Äh, nein, diese weh. Nein, 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 nein. Alles gut. Alles schön leer machen. Brauchen nicht, brauchen nicht, brauchen nicht, brauchen nicht, brauchen nicht. Aber jetzt geht's mir besser. Tintaberry, Tintaberry, Tintaberry Sea, Tintaberry Sea, Tintaberry Sea. Hier kriegst du noch was anderes, das muss dann auch reichen. Au, au. Hier, Essensrestverwertung. Ganze Seeds. Zeug da rein. So, das noch rein. Hier die ganzen... Das kann man auch noch da rein tun. Narko, Narcoburries. Könnt ich halt schon wieder Toxic machen. Kann man nie genug haben. behalte auch nur nicht meine bärchen auch noch ab also ich finde das irgendwie praktisch besonders wenn man allein spielt macht das richtig Sinn aber natürlich geht halt auch nur bedingt weil es ist eigentlich ein riesen Umbau um hier so ein funktionierendes Feld zu machen aber gut diese machen gut das bekommst du und jetzt eins zwei drei vier fünf sechs sieben trucks 100 plus und 16 mach zur gasse hin die vorne mache ich das wieder in die benny kiste ran das war nicht das war nicht das war nicht und das bricht nicht das sind ja narko pfeile drin narko pfeile kann er die anderen pfeile auswählen und eine Pistole habe ich auch noch so aber da unten hatte ich jetzt glaube ich den Rest von dem electric drin genau hier kriegst du sowas und die schrägen kriegst du noch ein bisschen schön jetzt was waren das fünf minuten ja narko pfeile jetzt hier könnte man sich hin machen hier hier da gibt es hier die zahl ein und dann geht die die beleuchtung an macht Sinn und dann machst du hier noch eine hier oder hier haben wir da ausmachen oder irgendwie sowas und nicht oder ja und nein oder doch gut aber ich wollte immer noch ein frosch themen gehen das wochen frosch eigentlich fleisch wahrscheinlich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 das kann ich übrigens auf die 0 legen das war mir hier einfach noch ein bisschen und dann und dumm und ding ding so so 5 km wieder reinwerfen das machen zur hälfte dann gehen wir runter und machen unten noch ein bisschen und jetzt wird es schön dunkel frösche themen im dunkeln macht ja echt sinn wie sau nein 50 und nicht irgendwo noch dings reingetan das ist ein winter nein ach wisst du was ich lasse die pistole da wohl die ist eigentlich schnell getamed komm scheiß drauf äh gemacht stone nicht irgendwie metall die nehme ich noch eben daran stein ich bin ich wirklich nirgends mal was anderes ich mache mit halber stein stein eigentlich ein feiner und scheiß aber metall ja gut dann kann man den eigentlich ausmachen die mit in den ofen rein ach was wird dunkel geil dann bleibe ich doch mal eben da mal das leben in der nächsten folge also wie gesagt wie ihr hier unten seht wir haben noch halloween ich könnte mal einfach absichtlich so ein paar punkte abfliegen einer hier einer da wird es auf jeden fall nacht dann mache ich mal die vier das macht auf jeden fall sinn ne also das finde ich jetzt schon cool taschenlampe taschenlampe finde ich cool aber jetzt muss ich hier noch hier drin schön hell hier schön hell dann beleuchte ich das hier unten geil hier das strand wird vielleicht auch cool ja jetzt gehen wir aus dem weg das hier wird beleuchtet hier oben warum brennt es nicht dann sind wir aus dem weg hohen kaputt oder was ja man muss ganz ehrlich sagen das licht reicht mir jetzt eigentlich schon fast hier wo ich die da oben nicht unbedingt das gewaltvoll muss man eben schauen kraft nenn ich www gut gut gerade eben weggepackt macht kreinziger 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 jetzt machen die aber glaube ich alles sondern dann 1 so hat zwar letztes mal verbunden jetzt findet das aber nicht mehr witzig ja gut dann machen wir das anders und zwar ist hier unten ja die lampe wenn ich jetzt aber hier drüben hier drüber wenn ich jetzt hier hingehen wenn ich jetzt hier drüber gehen also ungefähr hierhin kommt ja hierhin ah, Dodorex, wo ist er? komm zu mir holen wir mal gerade das zeug da unten jetzt ist zwar gerade nacht aber ich find's ja jetzt kann man ja mal probieren ne? nein das wollte ich nicht will ich das da haben das will ich nicht haben das wollte ich haben vielleicht noch das da und die Ständerlampe lösen ach verdammt das ist ja hinten ja hinten durch die Brüste ins Auge ok so 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 ii 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 hier dann das hier dann das hier und den einen den hier so also gut dann machen wir mal die zwei okay so 6 mach jetzt kommen dann sieh sieh das guck guckst du so dann haben wir hier noch ein kreuzchen die eins kreuz ein kreuz bitte dankeschön da kann ich hier den einschalter runter machen wenn ich ja oben das kreuz habe kann ich hier den einschalter runter machen das macht Sinn das macht Sinn kann ich noch so ein scheiß ding basteln structures electric electronics 25 dann muss ich hier gucken composite silizia per Scheiben auch nicht habe ich jetzt oben noch silizia perl und das weiß ich jetzt nicht aber ich glaube fast nicht weil die brauche ich ja hier nicht ach 10 nö topa ware shit shit nope oder silizia perlen kannst du haben kompostiert in ein paar nicht elektrisch elektrisch drei stück kommen schaffen wir noch nicht dass ich gerade poly mehr machen aber naja schadet ja auch nicht wenn man es hat ja 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 Ja, cool. Ach, halt, die Fences, ein Autotorret wollte ich auch mal bauen, Elektrica, ne, Electric, Crystal 10, ne, sorry, das geht jetzt gerade nicht. So, mein Lieben, ich mache das jetzt noch eben fertig und dann gehe ich mit dem lieben Cheetah endlich einen Froschtheim, damit ich Cementing Paste basteln kann. Gut. Ich turn auf, weil ganz ehrlich, boah, ist das laute. So, wie lange? Nein. Ja, Mann. Was ist das Inventory? 84, ja, das kannst du eigentlich nicht durchlaufen lassen, ne? So, gucken wir hier eben. Na, das kann man ausmachen. Gut. Wieder mal ein paar Eisenbahnschienen fertig. So, jetzt meint das aber noch eben da oben hin, dass das verkabelt ist. Ah, Dodo Rex, is no more. Besser wie der kleine Freund, is no good. Und ich sage jetzt nicht, dass ich es nicht mitgenommen habe. Naja, natürlich habe ich es nicht mitgenommen. Das wäre ja was ganz was Neues gewesen. Hier einfach Sachen mitzunehmen, die ich gerade gebaut habe. Macht keinen Sinn. Access Inventory. So. Bär. Ne, die kann nicht, die kann nicht hinlassen. Plus. Nochmal selber weg, selber da. Bam, 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 bam. Nein, da geht es ja nicht hoch. Es macht keinen Sinn. Denn ich will jetzt noch eben wissen, dass hier Fertig ist. Ähm. So. I. I wie da. T wie Dodo und C wie C so. Bam. So. Jetzt macht das hoffentlich Sinn. Schön. Demo nisch. Null. So. Also gut. Macht Sinn. Also ich würde sagen, meine lieben Freunde, danke fürs Tusehen und bis zu einer nächsten Folge von Let's Play. Mit mir, dem Darkie, dem Priest, dem Darkie Priest. Und nicht verzagen, Darkie Fragen, bis zum nächsten Mal. Tschösssene. Nein.